Hallo liebe KlingonInnen! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux euer Passwort ändern könnt. Am einfachsten geht das über die Kommandozeile. Öffnet also als der Benutzer, für den ihr das Passwort ändern möchtet, ein Terminal und gebt dort den Befehl passwd ein. Als allererstes müsst ihr mal euer aktuelles Passwort eingeben. Das Passwort seht ihr während der Eingabe nicht. Auch das neue Passwort bekommt ihr während der Eingabe nicht angezeigt. Auch keine Sternchen oder sonst irgendwas, damit man aus der Ferne nicht erraten kann, wie lange das neue Passwort wohl sein mag. Ich gebe jetzt ein neues Passwort ein und muss es noch einmal wiederholen. Nun habe ich schon das Passwort ändern können. Das nächste Mal kann ich mich also mit diesem neuen Passwort am System anmelden. Als Benutzer-Root hätte ich sogar die Möglichkeit für alle Benutzer meines Systems das Passwort zurückzusetzen oder zu ändern. Dazu gebe ich als erstes mal sudo bash ein, um eine Root-Konsole zu öffnen und kann dann ebenfalls passwd ausführen, gefolgt vom Benutzernamen, für den ich das Passwort zurücksetzen möchte. In dem Fall mein Benutzer tux, passwd tux. Hier werde ich jetzt nicht nach dem aktuellen Passwort gefragt, denn ich bin Root. Ich habe volle Rechte auf das gesamte System und brauche jetzt nur zweimal das neue Passwort anzugeben. Auch für das Zurücksetzen oder Ändern des Passwortes gibt es grafische Applikationen. Wir können ein Beispiel installieren, welches sich im Paket User-Mode befindet. Dazu kann ich mit Root apt install user-mode eingeben und das Paket wird bereits installiert. Jetzt möchte ich dafür sorgen, dass es mir auch im Menü angezeigt wird. Dazu kann ich hier unter Einstellung meinen Menümaker, wenn ihr das Video befolgt habt, aufrufen. Das Menü wird erfolgreich erstellt. Entweder das Alias, auch das habt ihr bereits gelernt, wie das erstellt werden kann, ausführen. Oder einfach den langen Befehl aus der ISWM Startup-Datei ausführen. All diese Wege haben den gleichen Effekt. Ihr müsst das jeweils als den Benutzer ausführen, mit dem ihr angemeldet seid. Denn das Menü gilt für den aktuellen Benutzer. Nach dem Ausführen und Neuerstellen des Menüs finden wir jetzt hier unter Einstellung auch einen Punkt Passwort. Das ist eine kleine grafische Applikation, die uns hilft, das Passwort anzupassen. Jetzt führe ich das Tool hier als Benutzer Tux aus und möchte das Passwort für den Benutzer Tux ändern. Auch hier werde ich wieder nach dem aktuellen Passwort gefragt und kann jetzt hier ein neues Passwort eingeben. Es wird dann bestätigt und jetzt ist das Passwort ebenfalls geändert worden. Ihr seht also, es gibt ganz, ganz viele Wege, unter Linux das Passwort zu ändern. Am einfachsten geht es mit der Kommandozeile. Grafische Hilfsprogramme stehen aber auch zur Verfügung. Die großen Desktop-Umgebungen wie Gnome, KDE, bieten integrierte Programme zum Ändern der Benutzerinformationen und des Passwortes. Probiert es einfach mal aus und berichtet mir über eure Erfahrungen in den Kommentaren. Bis bald. Tschüss.